Yo, hier bin ich wieder. Ich habe doch glatt vergessen, den Weg bis hierhin aufzunehmen. Ja, nicht schlimm. Ihr verpasst. Also, ich bin nicht gestorben. Ihr seht, ich habe zwei Leben verloren, aber das war es dann noch. Ich würde schon sagen, nice, aber... Hurra! 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 Es ist halt immer so, ja, Progress, ich weiß, okay, und wieder eine neue Todesstelle gefunden, geil, hab ich Bock drauf, hm, so wie hier, einfach mal eine Wand, muss mich ja nur gegen die Wand fallen lassen. Ja, nice, die sind aber von alleine kaputt gegangen, die hab ich nichts gemacht, Zeit für ein weiteres Belastung, voll. Mach den Laden hier kaputt, ich höre die Kreissäge von hier. Hä? Wohohohohohohoho, ernsthaft? Moed up. Juhuah Smarow Bitch Voll gut Ich hab das ja gesehen, dass da die Stelle war Und dachte Und freute mich voll Ist das gesagt Muss ich da oben hin Never ever Ah schade Aber wie mega nice Das funktioniert sogar Großartig Macht mir mein Problem jetzt nicht leichter Aber ja Immerhin starte ich jetzt hier oben Nice So viel Brokers in einer Folge Kenn ich gar nicht mehr Nice Ist einfach schnell Das ist deine Spezialsache Ich muss hier wischen Wenn du von oben Wenn du von oben nach unten kommst Hm Das ist lästig Das ist lästig Das ist lästig Das ist lästig Das ist ein wirklich steiles Gebiet. Schau, hier unten kriege ich das weggeskillt. Aber den da, der ist ein bisschen knackiger. Wie zum Fick soll ich das denn schaffen? Das ist ein bisschen knackiger. Okay, ist möglich. Muss an der obersten Spitze sein, wenn der sich rein dreht. Das ist aber nicht so demotivierend wie der Path of Pain gerade, muss ich sagen. Ah, fast. Millisekunde. Der Path of Pain, schön, man ist durch und dann sind diese zwei Bastarde da. Ich mein, sind wir mal ehrlich, der Path of Pain hat mich hier wunderbar drauf vorbereitet. Ist halt so, ach ja, ist gar nicht so schlimm. Och, ernsthaft? Ich hatte schon die Befürchtung, dass das so ein Millimeter ist, aber okay. Oder hätte ich fast eine Bienenwabe verloren doch. Gewürrgurr. Hab ich! Der ist nicht mehr so schlimm. Ach komm, ernsthaft? Der war nur drauf? Fick dich, du scheiß Stache! Tschö. Weil das ist echt unnötig. Ich habe die Dinger nicht gesehen, Gott sei Dank habe ich das. Lachshort, Alter. Ist es geschafft? Never ever, oder? Ich würde sagen, im Traum nochmal Traumnageln. Das wäre jetzt komisch geworden. Ihr Scheißdinger, ich würde so gerne dir. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie ich dir deine Gedärme mit meinem Nagel aus dem Leib rammen würde. Ich habe noch ganz viel Rechnung mit dir offen. Rechts, links? Ja toll, wo soll ich denn jetzt lang? Rechts, links? Bitte lass hier sowas. Nö, es kommen Gegner. Ernsthaft? Ja, du guckst in Stream, korrekt. Okay, es geht nach oben. Okay, es geht nach oben. Ah, nice. Du Idioten wie mich. Da kommt jetzt ein Boss. Ich sehe das. Was? Hä? Ist das der König? Wie ist das der König? Secret. Keine zweite Lohre. Nur ein Licht wird die Dunkelheit durchschreiten. Der Würm wird zum Leuchtfeuer und der Geist öffnet sich, um sich zu unterwerfen und hinzugeben. Ewigkeit als Versprechen und der Nachkommen schafft den Fluch als Preis. Nachkommen schafft den Fluch als Preis? Meint er mit den Hollow Knight? Das sieht nach dem König aus. Kein Preis zu hoch. Oh, meine zweite Hälfte. Königs Seele. Okay. Seele des Würm, Seele der Wurzeln, Herz der Leere. Okay. Seele des Würm, Seele der Wurzeln, Herz der Leere. Okay. Eurer Wesen symbolisiert. Der Träger absolviert langsam die grenzenlose Menge an Seelen im Inneren. Öffne den Weg zu einem Geburtsort. Okay. Okay, was ich jetzt vorhabe. Ähm. Ach, das ist mein Traumnagel. Äh, ich gehe jetzt hier gleich hin. Ich tue erstmal speichern. Dann gehen wir... Ich will zu der allen. Ich muss doch jetzt alle Talismann haben. Ich muss doch irgendeine Belohnung kriegen jetzt hier für die Scheiße. Das heißt, wir gehen hier hin zur Geisterlichtung. Ne, du spoilerst mir erstmal gar nichts. Dann gehen wir zur Geisterlichtung und gehen erstmal zu der Tante. Was ist denn hier noch gewesen? Wofür ist das Rote gewesen? Für Zote? Den habe ich doch kaputt gemacht. Hm. Weiß ich nicht mehr. Egal. Das ist jetzt der Plan. Hier gehen wir hin. Aber hier werde ich... Nächste Woche nochmal ein Try. Ist mir egal. Und sonst schaue ich mir das an. Ich werde diese beiden Bosse, die da waren... Gott, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie pissig ich dir auf die bin, die da stehen. Es sind noch nicht mal Bosse. Es sind einfach... Ich hätte vergessen, wo ich hin sollte. Äh, es sind einfach zwei Arschlochgegner. Es sind noch nicht mal Bosse. Es sind fucking Arschlochgegner. Aber... Was ist denn das hier? Der Schwamm... Ne, da will ich gar nicht hin. Ich will... Hier, Alter. Hier oben. Ähm... Geisterlichtung. Was war denn die Geisterlichtung? Ewige Ruhestätte, kann das sein? Vor allem weiß ich ja noch, es gibt ja noch einen Mind, in den ich rein konnte. Das war unten dieser komische schwarze Dude. Nicht richtig? Weiß ich es nicht. Und warum weiß ich es nicht? Weil ich so einen schwulen Talisman drin habe. Printmeister. Slot rein. Ähm... Der ist halt... Der kostet 3 ist aber echt gut, ey. Der reduziert die Seelenkosten. Er wird die Macht... Das ist schon... Ja, ich bin richtig. Ich will jetzt wissen, was ich als Belohnung kriege von der alten. Da muss es doch irgendwas jetzt geben. Egal. Ne, mir nicht egal. In der nächsten Folge. Euer Sly. Tschau.